. Imidl, sollen wir da spritzen und machen einen fluten Flitzen? Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Na, Mils! Lust auf eine Spritztour? Ja! Kommt zum Bundesheer, da könnt ihr Panzer fahren. Aufsichten, Luft anwerfen. Hey! Was ist mit der Spritztour? Vergiss es! Ich habe mit Kraft nicht erfahren. Das österreichische Bundesheer bietet einmalige Chancen für die Jugend ab 18. Denn alles andere ist Alltag. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020